Das ist ein Stohr des Roteins Maboh Guck mal Ohne die Ecke runden und schon jetzt so guten Start Als alles Nein, nein Nein Willst du nicht beim auf Ollo gehen? Der hat viele Siege Ollo, Ollo Ollo Ja, Ollo Eier So ein Ich sah auch noch Plützen Nein Wie, 3 Kills. Was soll die Scheiße? Verpiss dich doch einfach! Geh'n du dich direkt mal verpissen. Komm wieder ran! Weißt du, ich kink ihn euch auch, das kann doch nicht sein! Das war bei mir auch. Was? Was sind das für Unlegic-Hits, Mann? Oh, geh'n Vater fitten! Alter, Alter, ich rate ihn euch auch! Warte, warte, warte! 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 Dann hast du wenigstens Schwäche auf deinem Weg, ein dreckiges Miststück, Alter! Was ist das denn hier unten? Alter, Mann! Ich sag' dich direkt, Mann! Ey, das ist unfair! Ey, Joel, Outlaw ist hinter dir, vielleicht machst du mal was der Gegend, du! Warte, ich muss rangehen! Alter, Alter! Das geht plötzlich! Ich! Mann, bei dem ist auch was schrieb gelaufen! Mann! Ist das eigentlich für ne Dreck, Mann? Ne! Ohne Witz, Mann! User disconnected from your channel. Okay. Guten Tag! Ja, alles klar! Ja, alles klar!